Also, los geht's, Rocket Abschaum! Wie man schon auf dem Bild gesehen hat, wird das hier ein ziemlich großes Gebäude sein. Ich meine, die haben in der Empfangshalle zwei Sprengen rum. Aber klar. Silve Korruptes. Er hat geschossen. Wo sind wir hier? Ähm, erst mal hier. Ja, das war mir klar. Ich dachte, da steht vielleicht Personalabteilung oder so. Hey, Bike! Was machst du hier? Ich bin kein Bike. Ich bin Koromi, elf Jahre, Pokémon-Trainer und dein schlimmster Albtraum. Beweise gebe ich dir. Guck mal. Tschüss, Golbert. War schön, dich gesehen zu haben. Aber der hat fünf Pokémon. Erstaunlich. Dann wollen wir das aber hier auch ein bisschen beschleunigen. Wir müssen hier immer noch das ganze Gebäude durchzuckeln. Und noch ein Radikal. Ja, klar. Ich bin ein Versager! Ja, wie alle Rocket Rügel. Die Silve Korruptes und das Team Rocket werden nur fusionieren. Team Rocket ist aber keine Firma. Das kann nicht fusionieren. So, dann wollen wir mal tauschen. Hallo! Hey! Du hast ja nichts verloren! Doch, mein Pokéball! Guck, da hinten liegt er! Wo? Da hinten! Bäm! Außer Gefecht gesetzt. Sehr effektiv! Tja! Und noch ein Zubat. Alles klar. Oje, mir kribbelst du in der Nase. Ich glaub, ich nies gleich. Also nicht erschrecken, wenn's denn soweit ist. So. Das ist hart. Verloren! Ja, der andere ist ein krass Sager. Was wollt ihr? Die diamantförbigen Felder sind Teleporter. Eine Art Hightech-Transportsystem. Danke, dass du mir das erklärst. Oh, ein Forscher! Hau ab! Du hast keinen Zutritt! Ich habe Zutritt, sonst wäre ich ja nicht hier, oder? Orlando! Hallo Orlando, du siehst ein bisschen freakig aus. Aber ich glaub, das ist bei jedem Orlando der Fall. Na super, paralysiert. Natürlich. Und ein Walto-Ball! Und ein Magneton! Soll ich mir erwähnen, dass ich immer noch nichts gegen Elektro-Pokémon vorzuweisen habe? Ich hätte vielleicht auch mal in den Markt gehen sollen. Da war ich gar nicht, oder? Hab ich den Markt gesehen? Nicht schlecht, Herr Specht! Und mir ein paar Hyper-Trigger kaufen können. Aber findest du auch durch dieses Labyrinth? Da ist schon mal ein Teleporter. Aber wir haben den Stock-Fack hier noch nicht abgeklemmert. Das würde ich gern noch erledigen. Hier kommen wir erstmal nicht durch, sieht man ja. Dafür brauche ich wahrscheinlich wieder einen Öffner. Dann geh ich erstmal hier lang. Nehme mal den Teleporter. Siebte Stock. Hallo! Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Ich glaub, es gibt mehr als nur vier Rocket-Brübel, als dich und deine drei Brüder. Aber ihr werdet bestimmt tolle Brüder sein. Wetten, ihr habt auch noch alles Mock-Mocks? Äh, Idiot. Jetzt bin ich paralysiert. Nee, ist klar. Und noch ein Galbert. Na klar. Du mich auch, Toto. Du bist so unfähig. Ups! Brüder, ich habe versagt! Dann werden sich meine Brüder um dich kümmern. Als ob. So, mal eben beleben. Tada! Boah, noch ein Forscher. Du bereitest uns nichts als Ärger. Wer bin ich denn? Ich bin auch ein Forscher. Oder so. Patrick. Hallo Patrick! Oh, Elektroball. Das wird gleich Finale einsetzen. Ich sehe es jetzt schon. Oh, Glückhaft. Level 52! Hooray! Huch! Verloren? Ja! Das Silfco-Gebäude ist ein wahres Labyrinth, nicht wahr? Naja, ist gut. Teleporter werde ich noch nutzen müssen, aber ich mache erstmal alles fertig, was einfach so rumliegt. Da steht auch so ein dämlicher Forscher rum. Was machst du denn da? Der Boss von Tim Rocket ist unheimlich grausam. Für ihn sind Pokémon schlicht Mittel zum Zweck. Was wird geschehen, wenn dieser Tyrann unsere Firma übernimmt? Oh, netter Forscher. Gefällt mir. Hallo! Endstation. Bis hier und nicht weiter. Na komm. Rottgeldrübel kennen wir zur Genüge, oder? Und noch ein Arbok. Jo, gibt es auch ein Arbok. Two-Talk. Besiegen! Smoggen. Geht doch. Und noch ein Golbert. One-Hit-Kaos sind einfach für Two-Talk nicht drin. Mist, der Mut hat mich verlassen. Und kampffähige Pokémon auch. Oh, lieber Apos, sonst rufe ich Verstärkung. Ja, mach doch. Ich geh jetzt mal die Treppen weiter hoch. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Ah, da haben wir ja einen zweiten schon. Was passiert, wenn wir alle vier besiegt haben? Ja. Und ein Traumato. Und ein Hypno. Oh je, ich wurde besiegt. Aber meine Brüder rächen nicht. Ja, zwei sind besiegt, zwei bleiben. So viel zu rächen ist da nicht mehr. Hallo Forscher. Ich finde die Schwachstellen aller Pokémon und besiege sie. Ja, ich weiß, dass meine Pokémon Schwachstellen haben, Fabian. Aber, ähm... Komm, erstmal zum Zug, ne? Okay, Magneton ist schon ein bisschen härter. Und noch ein Smogger. Na ja, mach doch. Also... Versuch's nochmal, ne? Du hast mich besiegt. Mhm. Mach dir deine... Mach dir die Schwachstellen zunutze. Denk an die Elementklassen. Elementklassen? Jetzt würde ich Pokémon auswendig lernen. Ups, ich wollte gar nicht Fahrstuhl fahren. Achter Stock. Na, geh mal meinen neunten. Fahr mal rechts an. Nichts. Dann halt den Forscher. Genug von deinen dummen Spielchen. Das sind keine Spielchen. Das mach ich alles aus purem Ernst. Ronald. Ronald. Ronald McDonald. Und noch ein Smogger. Na klar. So geht das doch. Meine Reserven sind erschöpft. Freutest du dich, mich besiegt zu haben? Mann, hau endlich ab! Bin weg. Hallo! Der ist mir ja sympathisch. Und hat nur auch noch einen Pokémon. Ja. Ist in Ordnung. Vergeltung. Ich bin geschockt. Es sind viele geschockt. Ein Stock höher. Danke für diese Information. Sonderbobo. Und Überball! Noch irgendwas? Nö. Na, dann gehen wir mal einen Stockweg höher. Oh, da... Hallo? Stopp! Hast du einen Termin beim Boss? Nee. Nicht so. Schlimm? Radfahrt! Radfahrt! Oh Gott, der hat ja fünf Pokémon. Noch ein Radfahrt! Ich werde da reichen auf Tackle eigentlich. Und so weit! Mal versuchen jetzt mal einen Tackle. Tackle, danke. Ja. Und Rettan! Auch da wird ein Tackle reichen. Und Radfahrt! Ja. Der hat nur schwachen Pokémon rein. Okay. Ich lasse dich durch. Jetzt ist es auch so. Hätte ich den hier angesprochen? Die Pokémon von unserem Boss werden nicht fertig machen. Hm. Naja. Zink! Gut, wie wir sehen, kommen wir erstmal nicht weiter. Das heißt, wir gehen erstmal noch die andere Stockwerke durch. Und dann fangen wir langsam mit den Teleporter ran. War ich hier schon? Ich fürchte, ja. Aber hier noch nicht. Ich bin einer der vier berüchtigten Rockerbrüder. Ja, da haben wir den dritten. Vielleicht schaffen wir heute noch den vierten, dann heißt der Teil, die vier berüchtigten Rocketbrüder. Tut mir leid, Brüder. Warte nur, meine Brüder wollen mich rächen. Gibt's nur noch einen. Wie der da praktisch rumrennt. Süß. Calcium! Hallo, Forscher. Haha. Du dachtest, wo ich arbeite, für die Silvco. Nee, hab ich nicht gedacht. Jonas. Tust du? Leg drüber, gleich unschädlich machen. Feierabend, ich geh nach Hause. Viel Spaß. Das war ein Lob. Das freut mich. Hallo. Du bist ganz schön mutig. Danke. Danke. Na komm. Pff. Scheiß Huxo-Kipp. Zubart! Ballbart! Oh, Level 54! Und Radfahrt! Oh, Level 54! Und Radfahrt! Licht aus! Wenn du nur noch so durch die Gegend läufst, fennst du den Boss nie. Ich weiß. Aber ich wollte erstmal die Stockwerke besichtigen. Hallo! Ja! Der vierte! Ja! Da haben wir ihn! Mach auch noch! Nee, machen wir einfach so fertig. Und Maschak. Ja, den machen wir auch noch so fertig. Nein! Ich bin raus! Egal, meine Brüder werden mich rächen! Äh, äh. Nicht im geringsten. Oh je! Ah je, Mini! Bitte hilf mir! Schau dir an den Feindling! Sie müssen es wegen unserer Pokémon-Produkte auf die Silph Coop gesehen haben. Das Team Rocket benutzt die Pokémon bei dem Versuch, die Welt zu erobern. Das Team Rocket hat die Kontrolle über das Gebäude übernommen. Hätte ich das nicht schon bemerkt. Gut. Den schaffen wir auch noch. Du wachst es dich dem Rocket dazu wieder setzen? Ja. Noch ein Zuward. Eigentlich reicht ein Teckel. Und ein Golbe. Geh mal ins Pokémon Center. Du händer Verräter! Ich bin kein Verräter! Was bildest du dir ein? Wenn du ehrlich und rechtschaffen bist, bekämpfst du das Böse. Mhm. Gut, dann rennen wir mal eben ins Pokémon Center. Weil es doch schon nicht mehr so gut geht. Hallo! Und tschüss! Ja, danke. Jetzt wollen wir wieder zurück. Mhhh! Ich schaff das! Ich schaff das! Ja, an dieser Stelle mache ich hier einen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder, wenn ich weiter das Silfco Gebäude besichtige. Bis dann! Tschüss! Tschüss! Schau! Tschüss!